Die Vorstellung gliedert sich in benötigtes Spielmaterial, dem Spielaufbau, dem Spielzeug, dem Spielablauf, dem Spielende sowie den Spielvarianten. Aballone wird auf dem abgebildeten, hexagonalen Spielbrett mit insgesamt 61 Feldern gespielt. Es werden 14 schwarze und 14 weiße Spielfiguren benötigt. Das Spielbrett wird zwischen die zwei Spieler gelegt und die Spielfiguren wie in der abgebildeten Grundaufstellung positioniert. Ziel des Spiels ist es, sechs gegnerische Spielfiguren zu schlagen. Damit lässt sich Aballone in den Spielkategorien, rein vom Spielziel, den Schlagspielen zuordnen. Schwarz beginnt. Anschließend wechseln sich die Spieler ab. Passen, also bei der Bewegung aussetzen, ist nicht erlaubt. Gespielt wird ausschließlich auf den Spielfeldflächen. Bei Aballone unterscheidet man zwei Bewegungsarten. Beim Ziehen bewegen die Spieler jeweils eine, zwei oder drei eigene, in gerader Linie angrenzende Spielfiguren, ein Spielfeld weit in die gleiche Richtung. Die Zielfelder müssen unbesetzt sein. Jede Spielfigur dieser Gruppe darf maximal ein Spielfeld weit bewegt werden. Beim Schieben bewegen die Spieler jeweils zwei oder drei eigene, in einer geraden Linie angrenzende Spielfiguren in eine Richtung. Dabei werden angrenzende gegnerische Spielfiguren auf gleicher Linie in gleicher Richtung mitbewegt. Das Schieben darf nur vorgenommen werden, wenn mehr eigene als gegnerische Spielfiguren bewegt werden. Zudem muss sich hinter den geschobenen gegnerischen Spielfiguren in gerader Linie ein freies Spielfeld oder der Spielbrettrand befinden. Wird eine Spielfigur über den Spielbrettrand hinausgeschoben, gilt sie als geschlagen und wird vom Spielbrett entfernt. Das Spiel endet, sobald ein Spieler sechs gegnerische Spielfiguren geschlagen hat. Dieser Spieler gewinnt das Spiel. Als Varianten existieren zahlreiche unterschiedliche Grundaufstellungen. Abalone kann auch mit drei Spielern und jeweils elf Spielfiguren mit der abgebildeten Grundaufstellung gespielt werden. Die Regeln bleiben identisch. Sobald ein Spieler sechs Spielfiguren geschlagen hat, unerheblich welcher Farbe, gewinnt und beendet er das Spiel. Abalone kann auch mit vier Spielern und jeweils neun Spielfiguren mit der abgebildeten Grundaufstellung gespielt werden. Die Regeln bleiben identisch, außer, dass die gegenüberliegenden Spieler ein Team bilden. Gespielt wird reihum. Die Spieler können die Spielfiguren ihres Partners für ihre Züge nutzen, solange die erste Spielfigur die eigene ist. Das Team, das als erstes sechs gegnerische Spielfiguren schlägt, gewinnt. Als Variante der Vierspieler-Version wird nicht drei umgespielt, sondern die jeweiligen Partner sind nacheinander am Zug. Jedes Team führt demnach zwei Züge hintereinander aus. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie auch gern bei weiteren Spielvorstellungen vorbei. Schauen Sie auch gern bei weiteren Spielvorstellungen vorbei.